Willkommen zurück zu einem ganz kurzen Unboxing meinerseits. Eigentlich wäre es ein Smartphone Gadget Unboxing, aber ich finde dafür es einfach zu lächerlich. Ich habe hier ein paar USB Kabel von der Firma, weiß ich nicht. Sie sind natürlich wie immer Made in China. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber. Da steht drauf, Micro-USB Kabel, 5 Pieces, new and more wide. So sieht das aus. Liefert trotzdem so eine kleine, aber feine Tüte. Wiederverschließbar natürlich. Kabel sind so lang. Na ja, sagen wir mal so 20 bis 25 cm lang. Ich stelle drauf auf Pinie, Pinie ist der Hersteller Pinie. Und auf der einen Seite Micro-USB und auf der anderen Seite haben wir alles USB. Hier das Handy Ladekabel. Wenn euch dieses Unboxing gefallen hat, an Tüte, macht ein Like, Abo oder wir machen. Natürlich freuen wir uns. Let's see. Bis zum nächsten Mal. See ya.